Der Stoff 12F02, das ist schon eine Mischung zwischen dunkel und hellblau. Gegenlicht und die Rückseite weiß. Den Stoff 12F02, das ist schon eine Mischung zwischen den Stoff 12F0, das ist schon eine Mischung zwischen den Stoff 12F0. Gegenlicht und die Rückseite weiß. Gegenlicht und die Rückseite weiß. Gegenlicht und die Rückseite weiß. Gegenlicht und die Rückseite weiß.